Tag 164 Mittlerweile setze ich Moos an. Oh Gott, mir wächst es einfach überall raus. Auch der Bart, einfach durch, durch, durch die Klamotte durch. Auch die Frisur, ja. Oh Gott, so ein bisschen stachlig ist es geworden. Na gut, Setara ist noch bester Dinge und fleißig dabei. Aber ich verzweifle langsam. Am Einhorn. Ja, dieses Einhorn, ich habe es jetzt mittlerweile hier rüber geholt. Ich zeige auch gleich, was ich alles gebaut habe. Es ist ein bisschen mehr geworden als einfach nur ein kleines Taming-Studio. Ja, ich zeige es am besten gleich mal. Ich drehe mich so ein bisschen hier mal so. Das ist der aktuelle Stand unserer Base. Und man sieht auch da hinten, ich habe mir ein neues Bike zugelegt. Ein bisschen größer und hat einen feinen kleinen Kamm hinten dran. Damit werden wir gleich mal eine kleine Spritztor machen. Das EQ-Us ist mittlerweile hier vorne. An der neuen Location. An der neue Taming-Location. Die ich gleich mal genau zeigen werde. Was ich mir dabei gedacht habe. Und ja, und auch die Schwierigkeiten mit dem Viech. Weil es will irgendwie nicht so, wie ich will. Man verschämt. Also, hier kommt die große Mauer hin. Und hier vorne auch das große Tor. Die Rampen hier beuten ist schon ein wenig an. Wenn man drüber fliegt, was wir gleich sicherlich auch nochmal tun werden, sieht man, dass hier so ein Weg entlang geht. Und der endet genau hier. Das passt also landschaftlich ziemlich gut. So, dann kommt man dann hier rein durch das große Tor. Man sieht hier die Saurier in der Mitte stehen. Dort sind sie dann geparkt und abwarschbereit. Hier vorne habe ich noch ein paar Sachen geplant. Freigehege hier vorne hin. An dieser Stelle. Hier kommt eine große Halle hin. Dort werden die Eier ausgebrütet. Die Bäumchen, die hier mal standen, die hat so ein riesiger, ja, so ein Kakosaurus, wie er da oben mal stand. Er hat diese Bäumchen eiskalt weggefegt. Er rannte hier mehrfach durch. Hier immer links und rechts und hin und her und zurück und wieder. Und es war alles platt. Also an Vegetation. Wenn man den angegriffen hätte, ohne Mist, ohne Mist, dann hätte er alles hier platt gemacht. Auch die Foundations und Co. Gut, also man darf ihn nicht anfassen. Wenn er hier durchläuft und das tut er hin und wieder, dann ihm am besten aus dem Weg gehen. Und hier haben wir den zweiten Eingang. Ja, genau hier in der Flucht nach oben. Da oben wollten wir ursprünglich unsere Base aufbauen. Aber ich bin momentan noch nicht dazu bereit, da hochzuziehen. Denn erstens haben wir hier richtig viel Platz. Und man sieht ja, die Saurier, die werden nicht kleiner. Und da oben, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gefällt es mir nicht so gut wie hier. Die Aussicht an dieser Stelle hier. Vor allem das hier. Das ist einfach unübertroffen. Das ist unglaublich schön. So, oder? Ich meine, momentan etwas winterlich, aber das wird ja auch bald weg sein. Das ist, glaube ich, die letzte Aufnahme mit diesem winterlichen Setting. Danach geht es wieder zurück in den Frühling-Sommer. Und dann ist alles wieder grün und es blüht. Ja. Hier vorne hin kommt das Gewächshaus. Auch dann mit dieser Hammer-Aussicht, ne? Das kleine Haus da vorne kommt vielleicht weg. Und dafür etwas Größeres dorthin. Aber mal schauen. Das Wichtigste war auf jeden Fall erstmal diese eine Taming Station. Plus eine zweite. Denn man ist öfter mal unterwegs. Und findet mal den einen oder anderen Saurier, den man vielleicht mitnehmen möchte. Und dann kann man ihn auch mal hier reintun. So, ich zeige das auch jetzt mal. Erstmal, diese Taming Station ist doppelbodig. Wir können also von unten, können wir hier so eine Luke öffnen und können hochgucken. Das soll ziemlich, uh, naja, auch in uns rein. Das soll ziemlich praktisch sein bei Äffchen, wenn man die taint. Oh Gott. Autsch. Weil die Affen gehen nicht durch Luken. Man kann sich also hier unten so ein bisschen anschleichen und können dann Bananen geben oder so. Ja, beim Equus ist das aber nicht so praktisch. Ach, by the way. Ich habe übrigens direkt im Anschluss, also dahinter, ne, hier diesen Durchgang zu der anderen Taming Station, die noch nicht ganz fertig ist. So, was ist also jetzt so schwierig daran? Mittlerweile bauen wir selbst Karotten an. Ich hatte eben 60 rausgeholt. Jetzt sind es nur noch 50. Ich habe ein paar Mal versucht mit dem Taming. Also, ne, ich wollte es mal austesten. Oh Mann. Ich spring mal rein. Ohne es zu sehr aufzuregen. Und steige einfach mal auf. Kann ich es? Ich kann es nicht. Ich kann nicht mehr aufsteigen. Okay. Ja. Oh Mann. Also, das Taming klappt folgendermaßen. Man muss sich erst an dieses Einhorn heranschleichen und dann das Karöttchen in das reinstopfen. Das Pferd freut sich einen kurzen Moment. Man kann dann also drauf springen und reiten. Irgendwann versucht es einen abzuwerfen. Das heißt, es kommt irgendwo unten rechts, glaube ich, die Meldung, Fütter ist, um es zu beruhigen. Wenn man das nicht rechtzeitig tut, wird man abgeworfen und wird noch getreten. Oftmals passiert es dann auch, dass man dann bewusstlos wird und erst mal eine Zeit lang dort liegt. Also, man sollte rechtzeitig E drücken, so habe ich das gelesen, zum Füttern. Immer wenn ich E gedrückt hatte, bin ich abgestiegen. Ich weiß also nicht genau, ob das wirklich so funktionieren kann. Das müssen wir einfach noch herausfinden. Aber momentan ist das Equus einfach zu nervös. Man sieht es richtig, wie es hier hin und her huscht. Und das tut es nicht immer. Also, wenn wir es jetzt ein bisschen in Ruhe lassen, dann wird es irgendwann immer ruhiger und steht dann vielleicht in der Ecke. Und dann können wir uns heimlich anschleichen, in der Karotte reinstopfen und drauf springen. Ja, so ist der Plan. Machen wir gleich. Aber vorher möchte ich gerne noch einen winzig kleinen Ausflug machen mit Spinato. Also, ist ein Spinosaurier und wir haben ihn, also ich habe ihn Spinato genannt. Ich glaube, Setara möchte, dass er Fetty heißt oder so. Oder Fleischmops, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Okay, Spinato, es ist soweit. Deine große Stunde. An Hitch. Das fühlt sich so gut an. Wir reiten einfach mal los. Dieses Teilchen hier. Macht von nichts Halt. Außer dieser Foundation. Und wir können jetzt einfach ganz frei Schnauze einfach das fressen, worauf wir da Lust haben. Der sieht lecker aus. Oh, hier. Weihnachtlich. Wir essen jetzt mal Weihnachten. Yum, 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 yum. Lass dich bewusst. Oh, ja. Zum Mann beißen. So. Ja, ne. Stein können wir brauchen. Für unsere Waze. Okay. Okay. Yum, 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 yum. Du siehst auch köstlich aus. So, du hier. Oh. So, auch gegessen. Da vorne habe ich gesehen, da ist so ein Tech-Saurier. Ja, im Wald ist schwierig, ne. Wirklich schwierig. Aber wir kämpfen uns durch. Und man sieht's. Altmetall, Öl, Elektronik und Co. Also so kann man auch Öl sammeln, indem man einfach diese Tech-Roboter frisst. Ich habe jetzt mal ein bisschen heller gestellt, sodass sie auch ein bisschen mehr sehen können, ne. Von der Umgebung. Da unten läuft gerade ein kleiner Dodo. Ich habe ja vorgehabt, die Dolos nicht mehr zu killen. Aber wenn er hier aus Versehen drauf tritt, ist es schnell platt. Ich zeige es jetzt nicht. Wir werden es wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen. Einfach, weil ich es nicht verhindern kann. Man sieht die kleinen Dolos von hier auch gar nicht so richtig gut. So, ja. Ruhes Fleisch, Stein und Leder. Lecker. Hier im Wasser. Haben wir im Wasser irgendwas Fischiges? Ja, da vorne. Auch sehr geil. Fisch fangen. So. Das gibt rohen Fisch. So, und was haben wir hier noch? Da vorne haben wir noch, glaube ich, so einen Raubsaurier. Der hier. Ja, erst mal auch. Kleiner Fisch. Gut. Ach, wo ich einfach gerade hier bin. So, was haben wir hier? Ja, ne. Schlafsack sogar. Schau an. Kleinen Appetitappen. Ja, Vögelchen könnte man auch aus der Luft wegschnappen. Oh, Spino ist wieder aufgestiegen. Ich weiß, diese Quallen, habe ich das schon mal versucht? Ich glaube nicht, nur die sind zu tief unten. Da komme ich nicht dran. Na, ich glaube, die Quallen lasse ich mal. Also, Spino leveln. Ich level ihn ausschließlich im Nahkampfschaden. Pillusch rauft sich die Haare und meint, ich sollte auch ein bisschen auf Gesundheit gehen. Aber ich finde, er braucht Nahkampfschaden. Denn die Gesundheit ist wichtig, wenn wir einen ebenbürtigen Gegner finden. Ebenfalls einen anderen Spinosaurier. Dann müssten wir länger durchhalten. Das ist richtig. Aber wenn ich so einen großen Saurier sehe, dann nehme ich Reißaus und müsste ich eigentlich eher auf Geschwindigkeit gehen. Aber er ist unglaublich schnell. Sowieso schon. Und ich denke mir, wenn wir mal wirklich kämpfen müssen, dann ist Nahkampfschaden noch wichtiger. So, und hier können wir auch alles fressen. Egal was, nur die Großen, die Kleinen, alles. Ich meine... Oh, oder auch Holz. Jetzt habe ich diese Dämme kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das wollte. So, und hier zwei noch. Und, äh... Ich bitte zu bemerken, oben rechts, wir haben keinerlei Schaden bekommen. Also überhaupt nicht, ne? Das ist der Wahnsinn. Die Range von ihm hier ist so gut. Und jetzt können wir auch für so einen großen einfach mal wegsnacken. Der hat übrigens dann auch wieder viel Glück. Wow, zehn Schaden. Er kommt nicht an uns ran, ne? Und wir machen 360 Schaden. Das ist... Und wie viel 360er Schaden wir machen. Ist das hier eine Qualle? Ne, ein Biber. Das ist ein Biber. Richtig. Ein schöner weißer Biber. Der gefällt mir richtig gut, ne? Farblich. Dafür könnte man zum Beispiel diese zweite Taming Station nehmen. So, Biber gehen wir auf Seite. Organisches Polymer? Warum? Oh. Wen haben wir gerade gefressen für organisches Polymer? Ich glaube, das war vielleicht so ein Meeresvieh. Hm. Also, organisches Polymer. Das geht ja auch mit der Zeit kaputt. Na, wie sieht es eigentlich aus? Äh, ach Quatsch. Hat ja eher, ne? Ich muss ja bei ihm gucken. Ähm, hier. Das hier ist es wahrscheinlich. Ah, okay. Cool, cool. Gut, gut. So, mal aktueller Stand, ne? Sieht nice aus. Einen greift auch hier nichts mehr an, ne? Man kann irgendwie ruhig stehen bleiben. Die Schlange vielleicht. Ich bleib mal stehen und mal gucken, ob mich die Schlange angreift. Ich glaub aber nicht. Ja, nicht, ne? Doch! So, weggefressen. So, Biest. Ah. Hm. So viele leckere Saurier. Ich glaub, da müssen wir hin, ne? Die müssen wir fressen. Oh. Kleine Zahnfüller. So, jetzt stehen wir hier vorne im Triceratops. Für gewöhnlich sind die ziemlich pisst, wenn wir uns in deren Nähe aufhalten. Und bekommen so ein rotes Schimmern. Diesmal dicht? So, und wegge-snackt. Oh, da kommt der Nächste. Macht mir zehn Schaden. Jetzt hör' wir auf. So, und weg sind sie. So, also wir könnten so eh auch ewig weitermachen. Irgendwann gehen wir auch mal auf Entdeckungsreise. Ich bin ja schon mal so ein bisschen mit ihm rumgekommen hier. Und hab' einfach mal alles angeknabbert, um zu sehen, ob's denn so klappt. Oh. Wie gemein. Ja, das soll denn Leere sein. Ja, wir reiten jetzt aber mal zurück. Und gucken mal, was mit unserem Einhorn so ist. Ob wir das vielleicht doch nochmal getaint bekommen. Oh, da sind wir aber grad ziemlich tief runter. Ich glaub', die roten schmecken besonders gut. Oh, nun mach schon. Oh, oh. Ich bin ausgerutscht. Es tut mir so leid. Na ja, weiter. Was zum Teufel? Na, mach erst mal Kacke. Ja. Im Hintergrund sieht man jetzt auch schon wieder die Base. Wir sind also schon wieder zurück. Ich wollte aber noch ganz schnell zeigen, hier vorne, das ist hier die Stelle, wo ich ja anfänglich bauen wollte. Folge 1. Man entsinnt sich vielleicht noch da hinten, hab ich gesagt, da bauen wir hin. Aber hier die Gegend ist so interessant. Wir haben hier so viel Stein und ganz viel reines Holz ohne Gestrüpp. Warum ohne Gestrüpp? Denn wenn wir zum Beispiel die Biber hier hinten Holz hacken gehen lassen, so ganz da hinten, dann kriegen die so viele Beeren in den Bauch. Und die Beeren verstopfen alles und wir haben so viel davon. Hier, wenn man hier aber an diese freistehenden Bäume rangeht, bekommt man ausschließlich Holz und Stroh. Und das ist super praktisch. Okay, okay. Wir brauchen dringend Wände. Oh nein, jetzt habe ich Dodo mitgekillt. Naja, was soll's. Da ist doch hier tatsächlich einfach ein fremder Dodo reingekommen. Oh. Oh, mein Freund. Mein guter Freund da hinten. Da läuft er. Naja, gut. So, ich parke mal hier. Und da hinten sehen wir wieder diesen Giganto. Oh man, Gott sei Dank ist er diesmal da drüben und nicht hier auf dieser Seite. Ähm, ja, den sieht man halt nicht immer. Ich glaube, man muss jetzt wieder ein bisschen näher ran oder so und dann kann man ihn wieder sehen. Äh, die Maße von ihm, ne? Ich meine, allein der Kote auf, der ist ja mannshoch und... Oh, da ist er wieder. Ich glaube, das macht er da gerade hin. Ich weiß nicht. So. Jetzt machen wir folgendes. Wir werden uns jetzt ein Pferdchen anschleichen. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht gerade schon wieder nervös geworden ist. Vorsichtig. Ganz langsam. Okay, okay. Psch. Okay, ich habe noch 48 Karotten. Hm. Lecker Möhrchen? Hm. Was soll, was heißt nein? Nimm diese verdammten Möhrchen. Pff. Bist du da? Mal lecken, wie heiß ist es doch nicht so was. Jetzt kam es extra zu mir rüber, wahrscheinlich. Jetzt ist es da drüben. Oh, oh. Und rauf. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Nun dürfte ich bitten. So, einfach hinterher und reiten. Und jetzt kommt... Oh, verdammt. Noch eins. Naja, wir sind jetzt bewusst los und müssen ein bisschen schlafen. Da können wir nichts gegen tun. Na, verdammt. Naja, gleich geht's weiter. So. Frisch ausgeruht. Wieder ans Werk. Ähm, so. E. Und jetzt muss ich E drücken. Ah. Zähmung 28%. Das ist gut. Na, die Tür ist aber ein bisschen klein für dich. Oh, okay. Ich krieg's hin. Ich glaube, ich krieg's hin. So, 45 Karotten haben wir noch übrig. Zähmung 44%. Na, na komm schon. Na, komm schon. So, ich warte jetzt, dass unten wieder steht, ähm... ...ist unruhig und will es nah haben. Und dann drücke ich einfach wieder E. So schnell es geht. Weil wenn ich jetzt E drücke, würde ich wahrscheinlich... ...absteigen. Okay. Das war... ...gut getimed. Zähmung 60%. Oh Gott, kriegen wir's gleich? Haben wir gleich unser... ...ein Hörnchen? Oh mein Gott. Wie nennen wir es denn? Ich sollte mich konzentrieren. Na, du sagst es. Mhm, ja. Ich verstehe. Ich bin Pferdeflüsterer übrigens. 93%. Oh Gott. Oh Gott. Volle... ...Konzentration. Muss... ...Karotte geben. Oh, du hast gezähmt. Ein Einhorn. Oh. Wir haben ein Einhorn. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja, das ist... ...das ist fantastisch. Wir haben das Einhorn. Oh, oh, oh. Ich muss leider noch etwas berichten. Und zwar... Ähm... Ich glaube, sogar die zweite Folge habe ich dementsprechend gelernt, dass es das Einhorn nur einmalig auf der Welt gibt. Ähm... Wir sind alle davon ausgegangen. Aber... ...Gerüchten zufolge... ...ist auf Buddys Insel. Ja, Buddy auch Clan-Member. Ist auch ein zweites Einhorn aufgetaucht. So, ich habe es noch nicht gesehen. Ein Screenshot wurde gepostet im Discord. Wer übrigens Bock hat, mitzureden und ein bisschen mitzuquatschen und mitzuspielen auch. Ihr seid herzlich eingeladen. Kommt auf den Discord. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt erst mal ein Einhorn. Ich bin sehr happy. Es hat lange gedauert. Äh... Also das Taming jetzt gar nicht. Das ging eigentlich. Ähm... 41 Karötchen sind sogar noch übrig. Sie kriegt es nachher. So, wie benennen wir es denn jetzt? Äh... Ein Hörnchen. Wie ich es schon genannt habe. Ein Hörnchen. Das ist jetzt... Oh. Ein Herrchen. Es hat keinen Sattel und ich sitze drauf. Und kann richtig reiten, ne? Hier. Wie Wahnsinn. So, ich steige mal ab. Was steht jetzt hier? E-Reiten. Tatsächlich. Komplett ohne Sattel kann man... Kann man da drauf. So. Oh, ist das toll. Ist das toll. Wir haben ein Einhorn. Oh mein Gott. Ein Hörnchen Level 69. Oh mein Gott. Also... Moment. Ähm... Wir machen jetzt folgendes. Wir gehen jetzt erstmal den Sattel holen. So. Oh Gott. Wo ist der... Haben wir überhaupt einen Sattel oder war das nur ein Bauplan? Ich bin mir gar nicht so sicher gerade. So. Also einen richtigen Sattel hatten wir noch nicht. Aber ich hatte mal einen Bauplan gefunden für einen meisterhaften Eco-Sattel. So war das. So war das. Ich kannte bis vor einigen Tagen noch nicht wirklich den Unterschied. Je nachdem was man eingesammelt hatte. Also manche Baupläne... Oder manchmal sammelt man Baupläne ein. Und manchmal eben halt richtig die wirklichen Sättel oder Items. So. Aber Baupläne sind ganz cool. Wenn du einen Sattel findest, hast du ihn einmalig. Bei einem Bauplan kannst du ihn immer wieder verwenden, ohne das wirklich lernen zu müssen. Und der andere Vorteil, das kann ich mal ganz kurz noch zeigen. Es gibt preisliche Unterschiede. Hier. Da haben wir zwei Stück. Hier haben wir einen überragenden Terrorbird-Sattel. Und hier haben wir auch einen überragenden Terrorbird-Sattel. Den könnten wir bauen. Den aber nicht. Weil der hier kostet einfach 2.557 Fasern. Und der hier eben nur 2.314. 712 Holz. Und der hier 786 Holz. Also man sieht, es variiert ein bisschen. Und wir bauen jetzt einen Equus-Sattel. Oh Gott. War teuer übrigens. Wie man sieht. 3.580 Leder. Wir haben mittlerweile 11.000. Dank dem guten Spinato. Der ist wirklich ein Lederfabrikant. Der kackt das Zeug nur so aus. Das ist das Leder. Das fällt so hinten aus ihm raus. Es macht auch unglaublich Spaß mit ihm. Wir werden unbedingt. Ja. Unbedingt. Werden wir. In einer Folge mal mit dem richtig auf Reisen gehen. Holen uns vielleicht noch einen Vogel mit als Begleiter oder so. Und werden ein paar Abenteuer lieben. So. Aber heute beenden wir mal das Abenteuer-Sattelbau. Ich bin ein Trottel. Moment. Rechte Maustaste. Und herstellen. Einmal herstellen. So. Ich bin zu nervös. Da wird er gebaut. War sehr teuer. War wirklich teuer. Aber es wird sich hoffentlich lohnen. Und damit beginnt das Abenteuer. Ein Hörnchen. Ja. So. Die haben wir ihn. So. Ein Hörnchen. Du bist free. Nein. Anführungsstrichen. Nice. Schwebt noch ein bisschen. Ich hoffe. Ich hoffe das richtet sich noch. Erstmal Level. Das macht ja auch immer Spaß. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr auf. Also. Ihm Nahkampfschaden gegeben. Denn Gewicht hat er mittlerweile 1284. Das ist okay. Also. Das ist völlig in Ordnung. Die Ausdauer mit 2465. Hat Pillosh gesagt. Oder. War das Pillosh. Irgendjemand meinte. Man könnte damit schon die komplette Insel. Überqueren. Und das ist schon eine gute Ausdauer. Ich höre trotzdem nicht auf. Also Ausdauer kommt im Wechsel. Aber. Jetzt gebe ich ein bisschen Nahkampfschaden. Denn Vögelchen soll ja später mitreisen. Mitreisen. Und. Während wir dann auf Spinato reiten. Da Vögelchen auch ein bisschen kämpfen. Ne. Und noch mitleveln. Mit uns. Gemeinsam. Apropos mitleveln. Ich habe hier noch einen kleinen Helfer. Den ich euch auch noch gerne vorstellen möchte. Noch bevor ich mich auf das Pferdchen schwinge. Und zwar folgenden. Hier sehen wir. Cutie. Den Little Cutie. Ein Chibi Duidikoros. Und den kann man ausrüsten. Earn XP from Alpha Creature Kills when equipped. To increase its level. And earn additional max levels for your survivor. Bedeutet wohl so viel. Am Cutie kann leveln. Und wir profitieren ebenfalls vom Cutie. Weil wir dadurch auch. Ich glaube XP bekommen oder sowas. Aber viel wichtiger ist. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir ihn ausrüsten. Haben wir so einen kleinen Cutie. Oh Gott ist der potzig. So das Ding muss man nicht füttern. Gar nichts. Es läuft die ganze Zeit mit. Es sieht unglaublich hübsch aus. Und. Und es levelt. Na du. Na du. Also um es mal zu zeigen. Cutie rennt mit. Egal was wir machen. Er ist immer am Start. Den kriegen wir auch nicht abgehangen. Der kleine Kerl ist fantastisch. Sehr hartnäckig. So Cutie. Komm mal mit. Oh nein. Oh verdammt. Ich bin runtergefallen. Oh Gott. Hier fehlen noch einige Foundations. So. Und noch ist das Bewegen hier sehr schwierig. Gerade am Eingang. Ja. Mit den Sauriern. Da bleibt Spino gerne mal ein bisschen hängen. Hat er auch eben wieder getan. So. Und jetzt kommt der große Moment. Und deswegen habe ich auch den kleinen rausgeholt. Man sieht das gleich. Inventar öffnen. Und zwar. Da ist der Sattel. Ich wollte schon gerade sagen. Oh. Ist das schön. Gott sieht das gut aus. Und jetzt steigen wir auf. So. Und wir haben Cutie im Arm. Das ist das was ich zeigen wollte. Cutie reitet so. Huh. Somit. Ich wollte ein bisschen ranzügen. Aber dann geht er direkt in die Ego Perspektive. So sieht das aus wenn man auf einem Einhorn sitzt. Da vorne ist ein Horn. Ist nur unangenehm wenn das Pferd plötzlich den Kopf nach oben schnellt. Dann sollte man sich nicht gerade nach vorne beugen. Das ist wirklich ein tolles Team. Oh Gott. Oh ist das toll. So kann er zuschlagen. Oh. Nach hinten treten. Damit kriegen wir wahrscheinlich Viecher bewusstlos getreten oder? Zum Tamen. Kann das sein? Das ist der Second Move. Und jetzt schauen wir mal. Ein Level. Level 69. Damit dann Level 70. Sehr schön. Südzone 1.1 leicht. Das ist der aktuelle Aufenthalt oder? Und nicht da wo es gespawnt ist oder so. Nicht dass es vielleicht ein Einhorn pro Zone gibt. Könnte vielleicht sein. Na wer weiß. So. Also was leveln wir bei einem Einhorn? Oh mein Gott. Ich würde. Ich weiß es nicht. Was würdet ihr leveln bei dem Einhorn? Kennt sich vielleicht jemand aus? Hat jemand schon mal ein Einhorn getamed? Und was levelt man da jetzt? Also wenn ihr es wisst, schreibt es mir. Entweder unter dem Video oder in Discord. Würde mich interessieren. Was würdet ihr hier leveln? Ich lasse das jetzt mal. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich müsste jetzt ins Blau hineinraten, ob jetzt Gewicht so wichtig ist für das Einhorn. Oder dann doch eher nicht. Was haben wir denn hier? Bauplan? Lasso-Waffe? Oh. Oh. Oh wie krass. Stimmt. Man kann mit dem Pferdchen hier das Zeug hier herstellen. Es ist ein wandelnder Mörser. Oh. Also wir können mit dem Lasso werfen und andere Tiere an uns binden. Oh. Oh verdammt. Und ich glaube, wir beide werden noch sehr viel Spaß haben. Oh. Apropos. Wieder Gamma einstellen. Also ich denke, wir werden eine Menge Spaß haben mit Einhörnchen. Nicht wahr Einhörnchen? Da brauchst du nicht weggucken. Wie schwungvoll wir unseren Kopf hin und her schmeißen. Wupp. Und wupp. Dass die Mähne nur so wackelt. Oh ist das gut. Und jetzt. Okay. Also das ist mega stylisch, oder? Ist das mal mega stylisch? So jetzt hier nochmal mit dem Feuer. Wow. Magisch. Ja. Und welches Abenteuer wir... Vielleicht reiten wir einfach in der nächsten Folge mal ein bisschen hier mit Einhörnchen aus. Und schauen uns ein bisschen um in der Welt. Ich würde fast sagen, wir leveln bei Einhörnchen Geschwindigkeit. Wäre jetzt mein Vorschlag. Aber haut's mal raus. Sagt, was ihr davon haltet. So. Dann war's das für die heutige Folge. Naja. Ganz schön dreist, muss ich sagen. Das ist schon ganz schön dreist. So ein kleiner Flitzer. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns vielleicht in der nächsten wieder. Dann macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.